Ja, ich scho oder was? Ja, genau, okay. So, jetzt versorfen. Wir sind jetzt hier in Willich. Will ich oder will ich nicht? Ja, sind angekommen in dem super Hotelzimmer. Man beachte, schnittegg. Ja, okay. Ich sag, weil ich der Zwerg bin, ey, soll ich da schlafen, wenn man klappt wird, ja? Und möchtest du da schlafen? Hier, großes Bett, großes Bett. Und er sagt, nein, meinst du so toll, weil Science ist entklein. Seht ihr das? Das ist mickrig, mickrig mit Ellenbogenschonern. Hier, hier die Schoner. So, was macht er? Schittegg, schittegg, haut den Shit ins Eck, ja? Und haut sich in die Scheiße rein, ja? Haut sich irgendwann ins Bett rein. Aber der ist macht, bam, ja? Ein 120 Kilo Wrestler. Ja, haut sich ins Bett. Und jetzt, und jetzt. Pass auf. Moment. Abzwicken. Jetzt muss ich umschalten. Warte. Ja, das geht gar nicht. Scheiße. Pass auf. Hier unten drin. Sieht man das? Hier dieses Gerüst dieser Balken, ja? Ist auf der anderen Seite. Warte. Hier. Und er sagt, nein, das ist nicht kaputt. Nein, das ist nicht kaputt. Fuck. Ist nicht kaputt, nein. Ja. Ruhe empfiegt. Gut, wer vorst du jetzt? Saus. Gut, wer vorst du jetzt? Gut. Vielen Dank.